Vom Lehrling bis zum Baumeister. Hier in der Oberösterreichischen Bauakademie werden seit rund 40 Jahren Fach- und Führungskräfte für die Bauwirtschaft ausgebildet. Traditionell und dennoch innovativ. 600 Kurse jährlich und 46.000 Teilnehmertage gesamt. Alle Baulehrlinge kommen in die drei Lehrjahre jeweils zwei bis drei Wochen zu uns und werden praktisch ergänzend zum Lehrbetrieb ausgebildet. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist mittlerweile die stärkste Säule bei uns, ist das gesamte Aus- und Weiterbildungssystem in der Bauwirtschaft. Da haben wir die Karriereleiter am Bau vom Facharbeiter bis zur Baumeisterprüfung oder jetzt zu den Studienlehrgängen haben wir im Prinzip hier diese Säule, wo wir jährlich ca. 3.000 bis 4.000 Menschen an der Bauwirtschaft aus- und weiterbilden. Und die dritte Säule ist im Grunde genommen der gesamte Bereich Innovation und auch viele andere Themenbereiche inklusive dem Lachstathof, auf unserem Seminarzentrum, wo mittlerweile über 10.000 Menschen bei uns hier übernachten und Seminare selber veranstalten als Seminarzentrum. Zusätzlich wurde von der Bauakademie mit der e-baulehre.at eine digitale Wissens- und Lernplattform geschaffen, welche für die Baulehrlinge im Einsatz ist und erfolgreich genutzt wird. Wir machen im Grunde genommen die gesamten Kran-Ausbildungen. Wir machen natürlich, sage ich jetzt mal, ganze Port-Pourri durch über die gesamte Bautechnik. Arbeitnehmerschutz ist ein ganz wichtiges Thema, das liegt mir persönlich sehr am Herzen. Wir haben natürlich den gesamten rechtlichen Bereich mittlerweile. Der rechtliche, betriebswirtschaftliche Bereich wird immer stärker gefordert. Und von den Normen über die Digitalisierung kommen natürlich immer wieder neue innovative Themen, die jetzt wieder aktuell angeboten werden und auch gut besucht werden. Ob ein Bauwerk langfristig das hält, was man verspricht, liegt zum größten Teil an den ausführenden Menschen. Die Ausbildungsstandards hier heroben sind sehr hoch und sehr gut. Und für viele ist es einfach der Sprung, sich im Leben weiter zu qualifizieren, höher zu qualifizieren, mehr Geld zu verdienen, bessere Jobs zu bekommen. Und das im Ganzen macht es eine sehr runde Sache, diese Bauakademie. Denn nur gut ausgebildete Leute können hohe Qualität zu richtigen Terminen und zu den passenden Kosten auch herstellen. Und das ist für unsere Kunden das Wichtigste. Hier in Stareck steht also das Haus der Baumeister.